Schönen guten Tag, liebe Leute, ja es ist endlich Weihnachten und deswegen gibt's von mir dieses Jahr wieder das Weihnachtsgeschenk der besten Highlights, diesmal der besten DVD-Highlights mit allen guten Rages Plays, die das Jahr so mit sich gebracht hat. Und ich kann nur sagen, schaut's euch von Anfang bis zum Ende an, denn es lohnt sich wirklich, ich verspreche es. Ich sage euch Dankeschön, dass ihr so so aktiv beim Mitspielen, beim Zuschauen wart und ich freue mich schon auf das kommende Jahr. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr richtig coole Geschenke bekommt und ich wünsche euch ganz, ganz fröhliche Weihnachten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Name your game. Scheiße! So, Fetzen. Kannst du mir am Arsch schlägen? Ja, das handelt mich geil. Fick dich, du kleine Hurentochter, ey. Dreckshure. Ja, genau, Fick dich, du kleiner Wichser. Willst du mich echt handeln, du kleiner Arsch? Geht, geht, geht. Mach das Betrug! Das ist Betrug! Ich will mein Geld zurück! Hurensohn. Ich hoffe einfach, dass dein Vater mit dem Gürtel hinter ihm steht. Mit dem dreckigen Hurensohn und ihm einfach so eine Randschelle gibt. Dass selbst der Vater so abgefuckt von ihm ist, dass er ihm eine Schelle zieht. Das würde ich wirklich diesem Hurensohn sogar zutrauen. Mein Gott, du Tannelndes... Ich darf nicht sein, du bist im Stream. Du dreckiger Hurensohn. Ich weiß schon, warum ich das Spiel immer keinen Bock auf das Spiel habe. Das ist immer noch genau der gleiche Scheiß wie vor einem halben Jahr. Ja, wow, du blöder Vollidiot. Diches Hurensohn-Spiel, Alter. Ich hasse es. Piss dich, du Scheißkiller! Arschloch, ey. Ich habe den Geist getan, ey. Piss dich doch mal! Mann! So ein elendiger Scheißhaufen! Richtiger Fickse, ey. Los! Los! Alter, hör doch auf, Mann! Was ist dein Scheißproblem? Wer hat die uns hier angeschissen? So eine Missgeburt, ey. Jetzt hält die mit der Schwangerschaft nicht schon genug... Äh, gehabt. Das... Das Kind ist das wahre Leid. Ja, du Wichser, du Dreckswichser, du kleiner Hurensohn, du... Ja, komm! Meine Fresse, du dreckiges Schwein! Ja, ich habe ihm so tief ins Arschloch gebohrt, dass er eine Hämorrhoidenblutung hat. Jetzt muss er sich hier rächen. Oh, Mann! Hör doch auf zu tarneln, Mann! Was ist... Wer hat dir jetzt hier angeschissen? Ganz ehrlich, Junge, wer hat dich auf den Kopf fallen lassen, Mann? So ein kleiner Wichser, Mann! Solche Leute wie die weinen gerade die ganze Zeit und schreien rum, während sie Leute schaden. Genau solche Leute sind es. Die... Die sitzt gerade... Oder der sitzt gerade auf seinem Tisch mit Tränen in den Augen und schreit. Aha, du Hurensohn. Genau so jemand ist das. Oh, shit! Ja, die Vordyblock! Du blöder Hurensohn, du verdammter! So eine Drecksfotze, Mann, die hat mich gesandbackt wie kein anderer, Mann. Die kann noch was von mir hören. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin tot! Achso. Junge, ich war 50 Mal gedauert, nachdem ich anhuckt wurde. Oh, der kämmt tatsächlich. Was, ein Hurensohn. Was ne Fotze, Alter. Achso, ein Müllei, Mann. Solchen Leuten würde ich gerne in den Hals scheißen. Aber bist du echt dumm? Ich warne dich. Äh! Wir haben Deller sterben! Bam! Da kann er kein Skillcheck. Drei verkackt hintereinander! Und's? Was ist keiner mehr? Äh! Drei koku zu. Drei kona, Mitkau. Entstehen wir zuehmd. So wie gut,하하. Und steh, wie bist du, da. Boge, holy das Mouse her,ença. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020